hallo ihr alten klötzenschubser herzlich willkommen bei minecraft auf dem kanal ich bin gerade dabei meinen tunnel weiter voranzutreiben wovon ich ja schon beim letzten mal gesprochen hatte damit wir später mal unsere bahn hier anschließen können unsere bahngleise aber ich weiß immer noch nicht was ich für ein design nehmen soll hier oder wie breit ich den mache da lasse ich mir noch ein bisschen zeit mit ja jetzt heißt das erst mal natürlich also ich habe schon genug steinchen gekloppt aber ein paar müssen wir noch meine waschmaschine macht sich bemerkbar so jetzt gleich erstmal ein fackelchen setzen hier ans wird es zu duster so kann es weiter gehen ja viel weiter wie die aula nicht habe gestern schon mal angefangen steine zu klopfen das habe ich nicht aufgenommen man ist die laut heute die waschmaschine stört mich gerade selbst ein bisschen aber das macht nichts das ist gleich vorbei warte mal gucken was wir hier rein bauen vor allen dingen drei ist ja jetzt erstmal nur provisorisch dass ich die richtung habe und die gleise legen kann drei breit drei hoch wahrscheinlich wird es noch ein bisschen höher und breiter ich muss mal schauen guck mal die anderen decken sind auch noch da die turnen auch gerade auf dem server rum aber ich habe mich gerade mal verdünnisiert und nehme jetzt einfach auf also nicht wundern dass sie keine monster spawn dafür haben wir unsere ganzen anderen welten noch hier ist es ein bisschen ruhiger aber wer will kann auch gerne bei dem mit dem monster warum hantieren man braucht sie also ich gehe auch gerne kämpfen nur hier gerade nicht hier bauen wir nichts mehr rein das lassen wir so hier müssen wir weiter im eisen immer rein hier immer rein kann man immer gebrauchen strom für unsere techniker hier waschmaschine fertig liebe lote es wird ruhiger in der aufnahme nachher ist das herrlich ruhig und so entspannt wenn ihr fragen haben sollte zu unserem minecraft server oder wie auch immer dann schreibt ruhig in die kommentare oder schaut mal bei uns im forum vorbei oder wenn ihr auch mit uns spielen möchte kein problem einfach bei uns mal im forum vorbeischauen oder hier im discord und ich jetzt alle ja so erstmal wieder ein bisschen zu machen was an unserer spur bleiben hier waschmaschine fertig besser geht's nicht ok hier ist der doof der macht immer 100 selber wo was ein deb ja ich könnte es auch schneller machen habe ich auch keine lust zu ich erspiele mir die sachen gerade guck mal die schreiben mich einfach an juhu gold das brauche ich nachher jede menge sogar davon nein im moment brauche ich kein älsen kloppo hat mit seiner mannschaft gewonnen und gerade nachrichten rein liverpool granit damit habe ich schon was vor da brauche jede menge von und den rest hole ich hier erst raus wenn wir den tunnel mal ausbauen sollten kohle können wir immer gebrauchen also die lava höhe ich sehe sie aber auf dem minimap gerne oben doch so viel kohle ok mal ein lämpchen hinstellen hier aber ich bräuchte eigentlich mal ein anderes texture pack weil das ist ja jetzt das vanilla texture pack ich hatte mal eins das war mal richtig geil das war so mehr modern die richtung auch ich dachte hier wäre kohle kohle sei schon diamanten so gleich wieder fackel bevor es zu dunkel wird ein paar blöckchen sind es noch da können wir uns am verbreitern gegeben bevor wir hier schienen legen hey redstone ich habe mal wieder zeit für diamanten hier unten auch gleich beides hier war ja klar war ja klar ich kann mich nicht beschweren noch mehr das ist meine richtig nette ausbeute hier aber in die richtung wollte ich eigentlich gar nicht wo ich hier gerade die ganze zeit laufen okay 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 machen wir das mal wieder ein bisschen hin immer hier weitermachen ach da ist schon wieder kohle das geht ja gar nicht heute wäre mehr glück als sonst was und sofort wieder eisen aber ich brauche doch diamanten mensch und extra meine verzauerte spitzsäcke mensch 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 so ich zeige euch mal wie lang der tunnel schon mittlerweile ist dann können wir gleich mal das eisern kohle in die kisten packen das war wieder platz haben für die nächste folge so hier kommt die kohle rein und das war jetzt nicht so viel aber das macht doch nichts ach der prinz eisen noch okay dann haben wir mal die bruchsteine hier rein muss ich nachher umrunden das kommt hier rein wo sie auch mal zum glöcke machen den lapis spitzsacken habe ich nämlich mal viele da könnte ich mal welche machen glaube ich dann haben wir für die nächste folge neue aber wir sind auch schon wieder an der am folgenende angekommen ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach und wenn ihr wollt sehen wir uns in der nächsten folge wieder das heißt abo da lassen glocke aktivieren damit ihr auch nichts verpasst bis dahin tschüss